Herzlich Willkommen bei einem neuen Let's Play von LOADOUCH Scheiße gelabert, ich drücke einfach mal auf Start. Ach Leute, tut mir leid für das verkackte Intro, aber ihr kennt uns ja, wir sind tolle, nette Menschen. Oh, wir sind sofort rennen ins Spiel reingeschmissen. Und ich wette, deswegen sind wir nicht in einer Gruppe. Oh Gott. Verstreut Alpha. Ich glaube, das ist eine neue Map, oder? Ah nein, doch nicht. Ist das dieses Vorherrschaft? Ja, das ist dieses Vorherrschaft. Aber unser Team ist gerade eben am Verlieren. Muss ich zu A oder B rennen? Es ist scheißegal, du musst alle ein... Achso. Okay. Huch, falscher Knopf, schon wieder. Ja, das ist schön. Hallo, Hilfe! Ich geh einfach mal zu den Punkten. Ich nehm grad den C ein. Ja, ich seh's, bei mir klappt's nicht so gut. Oh, ich leg grad eben ein bisschen. Ich komm vielleicht einfach zu dir. Das ist vielleicht hilfreicher. Jaaa, verbrannt. Oder auch nicht. Okay, ähm, wir müssen jetzt auf A oder B gehen. An A. Ich glaub, A ist grad eben näher. Huch, scheiße, ich bin runtergefallen, ja. Ist nicht gut. Ne, find ich auch nicht so. Ah, wir verlieren C! Nein! Ja, aber wenn wir A nehmen und dann sofort zu B gehen. Ich geh! Ist das, äh, auch okay. A. Nerv nicht. Ich lenke sie ab, ich lenke sie ab! Okay. Oh, what the f- Fucking fuckity do. Wo soll ich denn jetzt hin kommen? B? A? Oh, A wird. Ah, verdammt. What? Was war denn das? Hallo? Ey, ihr netten Menschen. Hört mal bitte auf mit der Scheiße. Wo sind überhaupt... Sind wir einer weniger? Ich weiß nicht. Das fühlt sich so an. Oder bewegen sie sich einfach nicht. Es kann auch sein, dass sie sich einfach nicht bewegen. Ah, ja, komm, Nahkampf eins gegen eins. Schön, wie du da mit deinen Raketen rumschießen kannst, du homer. Bringt ihr trotzdem nichts. Hinter dir, Achtung. B und C. Nein, 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 nein. Oh, ich hatte zu wenig Leben. Ich spon gleich wieder. Äh, A. 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 Garde. 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 So, ich geh mal zu B. Oh wow, ich hab mich gerade eben... Alter, die haben viel mehr Heal-Menschen. Ja, aber das bringt dir auch nichts, wenn alle nur Healen irgendwie... Ja, gut, wenn alle Healen, das ist es natürlich wirklich für eine Art. Aber die rennen halt... Alle zusammen rum. That's the problem. Ha! Recht. Ich bin schon wieder so am Abkacken. Ich glaube, meine Zuschauer haben schon wieder richtig Spaß. Geht auf A, oder? A, 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 wo ist A? Da. A ist so drüben, da wo A ist. Nö. Aaaaaaah, okay. Das ist gut, wenn ihr bei A kämpft. Ich tue derweil B einnehmen. Ja. Die kämpfen hier ordentlich, also mach ruhig. Ja, ja, bin schon dabei. Und dann komme ich sofort zu B, äh, A. A, oder wir gehen zu C, wir gehen zu D. Was denn, wir werden C verteidigen? Ich bleib hier, okay. Obwohl, jetzt sind alle hier. Dann brauche ich auch nicht hierbleiben. Komm schon, den einen hast du. Wir haben einen Kontrollpunkt direkt. Der hat nur noch einen, witzlichen Leben. Ha, was, 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 was? Oh, ich habe sie nicht gesehen. Oh, scheiße, ich brauche unbedingt Leben. Ich will jetzt nicht weggehen. Oh, fuck. Na, da waren sie zu zweit. Was? Nein, scheiße. C ist gleich wieder weg. Ja, B machen wir gerade eben, oder so. Weiß nicht. Ich komme mit dir mit. Wow, fuck, ich bin... Ah, hier hinten kann man gar nicht hoch. Wie nervös ist das denn? Schön gemacht. Blankiert, perfekt. Einfach ausgespielt, den Gegner. Oh, geil. Der hat eine Heil... ...dings. Ich habe auch ein Heil-Dingens. Ja, aber der hat so ein Heil... ...ääh... ...lustiges... Na, Raketenwerfer-Heil. Raketenwerfer-Ding. Gut gemacht, du hast dich gerade im selbst getöteten Noob. Was für ein Nab. Hm. Warum ist jetzt keiner bei B mehr? Die. Ja, gut, das war aber klar, weil die... ...die haben mit einem krassen Vorsprung angefangen. Oh, jetzt sind die zu dritt, ey. Ich glaube es ja nicht. Ich konnte nichts machen. Die waren zu dritt. Die haben ja einfach mit einem zu krassen Vorsprung angefangen, ja. Ja. Aber dafür haben wir uns echt noch gut gehalten. Ich meine, die hatten schon tausend Vorsprung. Ja, das stimmt. Aber ist ja eh gleich vorbei. Ja. Aber irgendwie ist der... ...spielen wir das jetzt... ...nicht ganz so toll. Ist nicht. Nee, ist ziemlich nervig. Das ist einfach nur hin und herrennen die ganze Zeit. Ja. Hm, blöd. Ja, ist halt wirklich jetzt nicht so... Ah, wir waren nur zu dritt, oder? Ja. Wahrscheinlich. Ähm, wollen wir noch ein Spiel dranhängen, damit unsere Zuschauer... Ja, das war jetzt ja echt extrem kurz. Ja, Leute, dann freut euch! Ihr dürft noch eine Folge mit mir genießen, wo ich die ganze Zeit sterbe. Yay! Toll! So, was machen wir Destinage? Machen wir. Oh, da hat jemand auch unsere coolen Würfel. Ja, wollte ich auch mal sagen. Die sind doch aber unsere. Das sind die Almighty-Würfel. Vielleicht ist er auch ein Almighty-Tree-Man. Nee, das glaube ich nicht. Da steht ja nur Mr. Tree-Man. Er kann ja gar nicht Almighty sein. Das ist eine Abkürzung. Meinst du das Kodl oder so? Peinlich. Er hat sich verkleidet. Klar, als Tree-Man. Ich fände es ja mal interessant, wie man sich so einen Tree-Man vorstellen soll. Oh, Mann, schreckliche Zitat. Sind sie nicht von ASDF-Movies? Ich weiß es nicht. Doch, es kann sein, dass ihr schon mal geguckt habt. Da hat noch jemand unsere Würfel. Was ist hier los? Kelvin ist auch noch da. Mein Gott! Alle Klauen unsere Würfel. Ah, wir sind in einem Team! Ja, wir sind sogar zu viert und der Gegner nur zu dritt. Jetzt sind sie auch zu dritt. Aber Death-Snatch, das macht Spaß. Es-Snatch. Was? Es-Snatch. Ach nee, aber auf der scheiß Map. Ach nee. Wir Punkte? Was? Punkte? Wir Punkte? Ah, was? Nein. Mr. Tree-Man hat mich getötet. So ein Sack. Oh, Alter, der hat euch alle getötet, einfach mal. Krass. Hab ich nicht gesehen gerade. Ich weiß, ich stand am Rand, aber ich hab's trotzdem nicht gesehen. Oh, fuck, ich leck gerade eben hart. So. Oh, ich kann ja dem gar nichts machen, ich leck. Schlimm. Schlimm. Ich kenne das bei mir auch manchmal. Also jetzt gerade nicht. Das geht eigentlich. Nee, bei mir ist es gerade eben richtig mies. Obwohl, bei mir ist es ganz schön. Wenn ich zum Gegner hinkomme, da geht's richtig ab. Huch, was war denn das? Gegner. Hab's gesehen? Ich lebe eben gar nicht von da, wo ich war. What? Ach, kommt, Leute. Ja, zu zweit. Nervig. Na gut. Und dann eben nicht. Dann heile ich eben. Mir auch recht. Oh, ich hab keinen. Nice. Hab dich gerettet. Oh, ich werd geheilt. Och, danke. Bist du das? Nein, das ist mir... Jetzt hab ich heilen würde, what the fuck. Ja, was weiß ich denn? Hä, ist ja schade, ich dachte... Uch, uch, was? Wa, wa... Hallo? Was war denn das bitte? Das war ja kacke. Ich konnte mich gar nicht so richtig bewegen. Das war richtig scheiße. So. das ist ja gar nicht so das ist ja phantom irgendwas penisman phantom penisman mein bester freund ja hab ich mir gedacht na los komm schon ja wie konnte ich die nicht treffen grad alter ich hab irgendwie bin ich grad verwirrt ja ich auch weil ich sie eigentlich mit nahkampf eigentlich voll zerstört haben müsste was war denn das ich hab voll den headshot bekommen was ist das denn wie kriegt mich mit 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 nahkampf aber ich sie anscheinend nicht aber es ging mir manchmal auch so dass ich die einfach mit headshot nicht bekommen habe irgendwie warum weiß ich auch nicht auch nie sind gleich zwei von denen das bin ich gar nicht nene du wieder mit deiner kackwaffe ey lass mich bloß in ruhe so dritt auf einen ihr seid gemein gar nicht nett aber irgendwie laufen die wirklich immer zu mehreren rum weil bei mir waren jetzt auch mal zwei ich finds voll scheiße dass man sich hier nicht drucken kann so verstecken und so und möglich für ein shooter ich weiß aber ich bin trotzdem scheiße bei der massiviert kann man es mhm bei den meisten Schülern kann man es ja ich wollte hier dankeschön kann ich dich mal kann ich mir jemanden heilen kann ich euch mal heilen hallo 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 ja ich heile euch alle na toll schon wieder headshot was sind das bitte für arschkinder wo er entschuldigung das wollte ich natürlich nicht sagen ich wollte natürlich sagen für nette menschen nix alles gut nein ich will gerade eben ich hab ich hab dein äh Kopfgeld eingesammelt oh oh ich bin ein bisschen zu hinter das ist schon gesprungen und dann war da nichts mehr hehehe hehehe einfach nichts mehr warm ah von hinten von hinten neeein von hinten von hinten neeein ich hab sofort dein Kopfgeld eingesammelt oder so sehr gut wenigsten was ich bin schon wieder nicht letzter und ich wette dann wieder wenns wenns dann so zum ende zugeht dann bin ich wieder letzter das spiel verarscht mich nämlich ah 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 alter dieser typ und ich wir tun uns gerade die ganze zeit äh selbst austricksen ja diesen diese scheiß rocketboot dinger die sind mal richtig nervig rocketboot? welche sind das? ah ah ey aua also der kann in der luft nochmal springen ach stimmt das sind diese stiefel ne? ja ja boot haha logisch ja das ist ein bisschen äh sehr verwirrend so von zeit zu zeit kann ich nachvollziehen holen hör mal auf lass mich in ruhe arsch woooooo aha auf die alter macht das viel schaden auf die leute oho 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 was 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 ich seh nix ich seh nix ich seh nix ich seh nix ha hab ihn trotzdem getötet obwohl ich nix gesehen habe Oh, irgendeiner noch von hinten. Nee, von da. Alter, von weg. Wie weit. Ich glaube eh, dass die irgendwie einen Sniper haben oder irgend sowas. Was war denn das? Was? Was? Nein, ich wollte ihn noch schlagen, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Ich wollte es eigentlich auch schlagen, aber dann hat er mich geschlagen und dann hat es gegen mich geschlagen und ich bin nur gestoppt. Na toll. Jetzt auch, Alter. Ich will dein Kopfgeld, ich will dein Kopfgeld. Du merkige Typ. Ich stelle die ganze Zeit da ganz weit da hinten und dann ist es einmal drauf und so. So ein Skill. Ich fick dich wahrscheinlich die ganze Zeit. Hier, ja, fick dich, du. Na, 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 sowas hat man aber nicht. Rage. Oh, ich treffe ihn nicht, ich treffe ihn nicht, ich treffe ihn nicht. Und tot. Schon wieder. Oh, von links habe ich nicht gesehen. Verdammt. Seid ihr? Oh, du bist voll im Zingel. Ich bin doch nicht. Och. Ey. Ohne Witz. Du darfst echt nicht stehen bleiben hier. Ja, ich habe es gerade gem... Also, ich... Äh, 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 Hamsel. Mega nervig. Jetzt ist da auch ein Gegner. Ja, ne, das ist, äh... Dieser Ben irgendwas, ne, der ist knervig. Huch! Äh, Alter. Wie glaubt das immer ist mit dem? Ich sehe nicht. Ja, okay, ich bleibe einfach stehen. Okay. Dann lass mich doch in Ruhe. Hallo, ey, was? Ich habe mich ein kleines Stück bewegt und war sofort wieder tot, ey. Ich glaube es ja nicht. Alter. Das war echt kacke. Ja, aber das war kacke. Das nervig. Ja. Ne, finde ich nicht schön. War nicht schön, Leute. War kein schönes Spiel. Easy. Das sind so die richtigen Assis. Die dann immer noch so, ja, wir können ja eh alles und so, ja. Naja, dann liebe Grüße an Ben-Kitte-Dings. Ich wollte eigentlich noch alle vorlesen, aber ich fand euch ziemlich scheiße, aber ihr wart gut. Ja, so. Jetzt haben wir hier noch, ich bin immer noch nicht Level 11, aber dann verlassen wir mal das Match. So. Und, ja, dann hoffen wir, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß. Nur ein ganz kleines bisschen wenigstens. Nein, ach, nimm nicht. Wenn ja, dann könnt ihr uns ja vielleicht beiden ein Like geben. Hihi, Klimper, Klimper mit den Augen. Ach, ihr wisst schon. Fling. Also dann, bis nächstes Mal. Was lachst du jetzt denn, Mann? Ich wollte jetzt so voll cool abmoderieren und du lachst, ey. Du bist so ein Sack. Was? Ich stelle mir gerade eben vor, so, äh, du sitzt so vor deinem PC, dann die Kamera fährt so auf dich, close up, und dann so, du lächelst so, machst Daumen hoch und dann blitzen so deine Zähne. PING! Das wär geil, das wär echt geil. Vielleicht sollte ich doch mal mit Facecam spielen. Sehr schön. Am besten, am besten Dead Space oder so. Ja, ähm, also gut, dann macht euch noch ein schönes Wochenende und bis nächstes Mal. Tschüss! 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 Tschüss!